3, 2, 1 und Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 3, Folge 5, glaube ich. Ja, hier sollte es Folge 5 sein, genau, goodie. Ja, wir sind zurück bei Sims. Wer ist das? Hallo. Hey, Ruf, ich will sie nicht herbeirufen. Abend, Essen, Essen. Die mögen sich nicht. Ich will sie da kennenlernen. Soll ich das abbrechen? Sitz. Mach Sitz. Ein Polizist? Freundschaftlich begrüßen. Ersetz dich doch. Hey, stellen die sich hin, anstatt dass sie sitzen bleiben. Wer sind sie? Pauline Wahn. Kennenlernen. Nach Karriere freuen. Plaudern. Lustig. Romantisch, an Machtspruch. Fragen, ob sie ein Singer ist und Kompliment über Charakter machen. Stellen solche Fragen. Sie auch schon eine gute Bekannte? Nee. Okay, und dann muss ich auch gleich nach Hause. Nee. Musikindustrie. Das ist ehrgeizig, okay. Kennenlernen. Warte, Schlange ist voll. Das ist ja doof. So. Stundenlang unterhält er sich mit ihr. Pauline ist eine Beziehung mit Hank. Okay, was ist denn? Was? 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 Oh, der θα sie brauch. Hm? Baby. 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 Ich glaube, sie mag mich nicht. Okay. So. Nee, warte mal. Da. Einladen nach. Hier. Okay, mal gucken, ob sie Lust hat. Und jetzt ist die Frage, wer ist Hank? Ist er Hank? Gerhard, Paulina? Megan? Gut, denn ich, dann fährst du jetzt nach Hause. Ah, sie arbeitet nachts. Die andere, also Jolina, Jamie Jolien. Jolien, frag mich nicht. Frag mich doch nicht, wie sie heißt. So, kommst du nach Hause bitte und denn, bevor es ins Bett geht, hast du noch bitte Hunger? Abendessen? Magaroni mit Käse? Schmeißt einmal das weg. Hygiene? Spaß? Dann gehst du hier nochmal duschen und säuberst. und dann kannst du meinetwegen schlafen. Gut, gib Gas. Du musst morgen wieder früh raus. Oder kannst du auch morgen früh duschen gehen. Machen wir das wie immer. Geht er morgen früh duschen, aber er muss heute noch essen. Oh. Komm, oh Mann, ich stelle es halt nach draußen. So. Was ist das? Oh, Rechnung bezahlen. 68. Oh Mann, schon wieder Rechnung. Ich habe doch kein Geld. So, er schläft. Sehr schön. Ah, weh, ich komme hier nicht zu Potte, ne? Es ist jeden Tag dieselbe Leie, aber jetzt ist bald Wochenende. Also jetzt noch einen Tag arbeiten, denn es ist Wochenende. Kann ich mich auch mal wieder mit ihr hier, mit Monika verabreden. Das kriegen wir hin. Gewinne Monika als Freundin. Das kriege ich hin. Glaube ich. Hoffe ich. Mal sehen. Bis wann musst du schlafen? Bis sieben. Energie. Das ist geil. Wo ist denn mein Essen? Corona mit Käse essen. Das ist geil. So, dann gehst du nochmal duschen. Duschen. Die Rechnung bezahlst du bitte danach. Und dann darfst du zur Arbeit fahren. Wieso legt der die immer da hin und nicht in den Briefkasten? Komm, liest eh kein Schwein. So, los geht's. Jetzt müsste er sich doch gleich total eklig fühlen. Geht er noch schnell duschen? Schafft er das? Naja. Mikro-Ruckler. Ne, hörst du auf? Eins. Hallo? Ich glaub's ja wohl. Dafür, ähm, mit Kollegen unterhalten. Mann, ich wollte das. Supermarkt. Guti. Danach machen, wollen wir uns heute wieder mit ihr treffen. Da, ist sie das? Probleme unter Kollegen. Oder muss sie arbeiten? Das ist jetzt die Frage. Was ist das? Befördert werden. Das sollte doch kein Problem sein. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, wie lange muss sie noch? Ein bisschen noch. Was macht sie denn da? Oh, sie ist am Strand. Das ist gut. Ah, jetzt ist sie wieder in ihrem Haus. So, pausieren. So, wo fährt sie jetzt hin? Achso, du fährst nicht nach Hause, ne? Pause. So. Begrüßen. Zack, 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 zack. Pausieren. Freundlich. Kennenlernen. Um Verabredung bitten. Mal gucken, ob das was wird. Morgana, ne gute Freundschaft. Mal gucken. Ey, das ist doch Morgana. Oder nee, das ist Pauline Wahn, mit der ich mich vorhin unterhalten habe. Wer ist Morgana? Wer ist das? Nisabran. Pauline Wahn. Okay, okay, okay. So, romantisch. Hehehe, he. Oh, ja. Flirten. Der nochmal was freundliches. Wir konntest reden, wir konntest beschwenden. Nach Tag fragen ist doch auch nett. Um Verabredung bitten. Komm, ich will sie als Freundin. Also nicht als meine Freundin, sondern nur als Freundin. Sie zählt als Freundin. Oh. Und warum? Wer ist Morgana? Wann habe ich mich mit der unterhalten? Mzen. Mzen. Oh. Mzen. Mzen. Lager. Hm. Kushova. Kushova. Nee, los mal. Sie läuft nach dem Ganzen. Oh. Hm. 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 Flirten. Oh. Oh. Hm. 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 Wo war denn das Nachhause-Einladen? Guck, hätte der Witz. Na, will sie mit? Ja, guck mal. Ja, guck doch mal. Oh, sie fährt. So. Nein, 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 noch nicht, noch nicht. Romantisch. Hahaha, freundlich. Kennenlernen nochmal. Oh nein, 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 nein. Äh, flirten. Bitten zu gehen. Geil. Das ist auch nicht schlecht. Zacki. Gestimme ich ihr, das wird schon los. Ah. Ach, Manu. Das kriegen wir hin, aber 1500? Ja, dann muss ich mich erstmal mit ihr treffen hier. Ja, leg dich ruhig hin, leg dich ruhig hin. Nein. Nein, du gehst jetzt erstmal rangehen. Ist der so K.O.? Säubern, dann säuberst du das nochmal. Abendessen. Aber wohne mit Käse. Kannst du auch nochmal hier säubern und dann kannst du schlafen. Äh. Nein, danke. Ah ne, es ist Freitag. Es ist Freitag. Handy. SIM anrufen. Einladen. Komm, das kannst du alles Samstag machen. Das kannst du alles Samstag machen. Ah ne, ist noch nicht so weit. Kannst du auch noch ein bisschen putzen. Säubern. 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 Das ist sauber, okay. Gut, dann... Dann kannst du hier nochmal... Abendessen, Makaroni mit Käse. Und dann hier nochmal Nickerchen machen. 1500... Oh. Ne. 1500... Gut. Dann... Oh, wir sind flotter. Um 21 Uhr. So. Termine, Termine. Noch Klo putzen. Klo putzen. Jetzt noch Essen kochen. Sehr schön. Nickerchen machen. Oder du schläfst. Schlafen. Bis wann? Bis 8.30 Uhr. Sehr schön. Dann ist er wenigstens relativ früh wieder wach. Das ist ganz gut. Kannst du direkt Bett machen. Kannst du erstmal deinen Haaren dran. Den duschst du. Okay. Dann hast du nochmal ein bisschen Frühstück essen. Ne. Snack. Snack essen. Müsli. Soll reichen. Und danach geht's los. Danach wird's spannend. Ah, Mist. Ja, ja, ja. So ist das im Leben, Anton. So ist das im Leben. Gut. Ich trinke mal einen Schluck, während er hier schläft. Und von Stethoskomen träumt, die er sich in die Ohren stecken will. Oh. Entschuldigung. Anton Produktion. Oder so ähnlich. Was muss... Es steht hier irgendwie was, was ich mache. Logik. Amateur-Olympiade. Könnte man eigentlich mal machen, ne? Aber noch nicht. Mal sehen. Vielleicht später. Bett machen. So, 45% runtergesetzt. Langweilig. Tschüss. So, duschen. So, duschen. Dann kannst du einen Snack essen. Dann kannst du dich nochmal aufbrezeln. Und die Pfütze aufwischen. Aber in anderer Reihenfolge. Aufbrezeln. Und den... Einladen nach. Genau. Roni mit Käse verdorben. So. Hab, 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 hab. Weg. Oh, Alter. Stell das doch mal gleich weg. Aber ich brauche eine Spülmaschine unbedingt. Könnte ich mir sogar leisten, glaube ich. Muss ich mal gucken. Sitze aufwischen. Aufbrezeln. Ziel wählen. Ich würde gerne... Ähm... 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 Poolparty. Mal gucken, ob sie ja sagen. Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja. Hahaha. Wär natürlich ganz nice. Klar, hör zu können. Bis dann. Cool. Ist ja geil. Dass das so einfach wird, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Wo ist sie denn? Da ist sie. Guck mal. Montisch, guck hat der Witz. Montisch, Kompliment. Den einmal Outfit wechseln. Badebekleidung. Den... Oh. Romantisch, kann ich noch nicht. Ah, guck mal, wir haben eine Verabredung. Freundlich. Nach Tag fragen. Guck mal. Guck mal. Kennen lernen. Freundlich. Über Arbeit diskutieren. Romantisch. Kompliment über Charakter machen. Gefühlt, als wäre es Zeit für eine Abkühlung. Kann sie mal weg gehen da? Das ist ja nicht nett. Kennen lernen. So. Mach mal schneller. Geht schneller. Geht schneller. Geht schneller. Geht schneller. Ja, Pillen. Pillen finde ich gut. Gut. Ne, dann gehst du auch da rein. Gab's ja wohl. Für eins. Kann ich nicht. Da. Lass spritzen. Mal gucken, wer gewinnt. So. Guck mal, die denkt an mich, ist ja cool. Na spritzen. Entspannen. Guck mal, die denkt an mich, ist ja cool. Mal gucken, wann sie rauskommen. Den ganzen Tag mit ihr verbracht, Alter. So, mal gucken. Komm, was hast du jetzt vor? Schwimmen? Können sie da jetzt mal rauskommen, bitte? Okay, der Witz. Achso, Entschuldigung, ich habe vergessen zu reden. Na, romantisch. Dann nochmal flirten. Verabredung beenden, nein. So, freundlich. Bei Arbeit diskutieren. Hier auch immer nochmal reingucken. Nach Hause einladen. Oho, krass. Mein Ziel für den Abend. Oh, hier, guck mal. Oh, massieren. Obwohl, wir haben noch... Und danach bitte... Äh, nach Hause einladen. Scheinbar muss sie heute auch nirgendwo mehr hin. Okay. Ich habe ein romantisches Interesse. Beziehungsstab... Alter. Okay. Romantischer Abend, das kann kaum... Glatt lief. Dafür, dass sie mich zum Anfang überhaupt nicht mochte, ist das gar nicht mal so schlecht. Monika können wir denn jetzt auch vergessen? Ja, das können wir vielleicht noch. Monika treffen. Was gibt mir? Das... Okay. Weg damit. Das kriegen wir auch hin. Erster Kurs. So, geh mal hin da. So, Anton, komm. Gib Gummi. Achso, ich sollte vielleicht auch in Folgen. Ist sie denn da? Oder hat sie abgelehnt? Okay, ich soll jetzt nicht schlafen. Ich glaube es ja wohl. Geh weg. Handy. Immobilien, Dienst anrufen, Arbeit aufgeben. Sim anrufen. Nach Hause einladen. Gucken, ob sie kann. Findest du nicht... Vielleicht habe ich den da loszuplaudern. Okay. Ja gut, es ist wirklich schon spät. Dann kannst du... Wie sieht denn dein Gemütszustand aus? Hunger hast du. Gut. Was hast du vor? Lebrige Carbonara. Das ist auch gut. Den Spaß hast du. Hygiene kannst du nochmal machen. Duschen. Dann kannst du mal übrigens auch schlafen gehen. So, bis wann schläfst du denn? Bis 8 Uhr. Alter, der steht immer auch am Wochenende früh auf. Naja. Ist ja auch egal, dass er am Wochenende früh aufsteht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao. Und ja, hau da rein. Bis dann. Tschüss. Hallihallo, ich bin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sims 3. Wir sind zurück bei den Sims 3. Immer noch in der ersten Aufnahme, ne? Mittlerweile Folge 5 oder 6. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt habe ich schon wieder nicht mitgezählt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall die letzte Aufnahme, Folge für diese Aufnahme. So rum wollte ich sagen. Er hat Hunger, aber geht erstmal trotzdem auf Toilette. Und jetzt zack, zack, zack. Heute ist Sonntag. Was habe ich vor? Ich will mich wieder mit Jamie treffen hier. Zu der wir ein romantisches Interesse haben. Wir wissen schon, dass sie Konkette sind. Sie hat keinen Partner, Karriere, Unfallchirurgin und Sternzeichen Spier. Ich muss sie mehr kennenlernen, würde ich sagen. So. Über den Tag, würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen was anderes. Und zwar gehen wir nochmal duschen. Und dann machst du dir nochmal ein bisschen Spaß. Ernehm, du Computerspiele spielst. So. Gut, Spaß. Bla, 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 bla. Gut, das kannst du abbrechen. Später ist das 13 Uhr, das ist gut. Was ist das? Gehaltserhöhung bekommen. Vielleicht irgendwann mal. So, Handy. SIM anrufen. Ähm. Einladen nach. Mal sehen, was das so wird. Wir wollen Jamie, Julina. Arschgesichter, Alter. So, meine lieben Freunde. Ja. Das. Wer das Watch Dogs Let's Play geguckt hat, kennt Katharina. Ja. Und Katharina, meine Freundin und, äh, ja, nenne ich ihn Marcel. Vielen Dank. Bitteschön. Sind gerade reingeplatzt und ich habe mich dermaßen erschreckt. Na gut, ich beende die Aufnahme hier jetzt erstmal, äh, ja, ich schneide das wahrscheinlich dann in die 5. Folge rein. Ich weiß es nicht mehr. Naja, gut. Bis dahin. Ciao, ciao und... Tschüss. Tschüss. Guti. Tschüss. Tschüss. Tschüss.